Von hier aus sehen Sie den Ort Hürtgen, der bereits im Oktober 1944 im Fokus des amerikanischen Angriffs lag. Zu Beginn der Allerseelenschlacht war das 109. US-Regiment hier durch das Minenfeld Wilde Sau und durch Einheiten der 116. Deutschen Panzerdivision gestoppt worden. Am gegenübergelegenen Waldrand befand sich der Gefechtsstand von Hauptmann Brückner, dessen Pionierbataillon hier schreckliche Verluste erlitt. Der Unterstand lag unweit der Napoleons-Eiche, einem ehemals markanten Baum, der den alten Waldrand markierte und während der Kämpfe zerschossen, vor einigen Jahren durch eine neue Eiche ersetzt wurde. Von der Stelle, an der Sie sich jetzt befinden, startete am Morgen des 27. November der Angriff von Böschs Kompanie Richtung Hürtgen. Gehen Sie nun weiter in Richtung Soldatenfriedhof und hören Sie dabei den Auszug aus Road to Hürtgen, Forest in Hell. Bei Einbruch der Dunkelheit ordnete ich sofort eine Inspektion meiner Männer an. An oberster Stelle stand für mich die Sorge, die Deutschen könnten, sobald es vollständig dunkel würde, mit aller Macht einen Ausfall aus der Stadt wagen, um unsere kleine Gruppe zu eliminieren. Ich versprach, eine solide Verteidigungsstellung zu organisieren. Einer meiner ersten Schritte war zu sehen, was mit Lieutenant Schnurrbart passiert war. Nach längerem Suchen fand ich ihn tief in seinem Schützenloch. Er hatte einen Granatrichter auf die Tiefe von mindestens sechs Fuß gebracht und war immer noch beim Graben, als ich kam. Nur unter Schwierigkeiten konnte ich ihn davon überzeugen, aus seinem Loch zu kommen, um ihm zu erklären, was er machen sollte. Kaum war ich fertig, als er anfing, wie Espenlaub zu zittern. Ich schau ab, schrie er. Ich kann nicht mehr. Schockiert nahm ich ihn beiseite, damit uns die Männer nicht hören konnten, und versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen. Aber bald war klar, dass mit vernünftigem Denken kein Durchkommen mehr war. Ich wurde nach und nach härter. Als es schließlich klar wurde, dass er meine Befehle vollständig missachten wollte, drohte ich ihm mit dem Kriegsgericht. Er schrie mich an wie ein Verrückter. Mir ist egal, was du machst, schrie er. Ich kann nicht mehr, sag ich dir, ich kann nicht mehr. Ich gehe zurück, ich gehe zurück. Dann war er weg und lief wie ein Wilder in die Dunkelheit zum Waldrand. Ich sah ihn mit gemischten Gefühlen gehen. Einerseits war es besser, wenn er ging. Der Zug wäre mit einem fähigen Sergeant besser bedient, als mit einem ausgemachten Feigling. Andererseits nahm ich ihm sein Verhalten sehr übel. Wenn wir hierbleiben und das aushalten konnten, konnte er das auch. Dass er ein Offizier war, machte mich noch wütender. Ich schwor mir, dass ich den Lieutenant, den Schnurrbart und alles vor ein Kriegsgericht bringen würde, wenn ich lebend hier rauskommen sollte. Ich unterdrückte meinen Wunsch, dem Lieutenant hinterherzulaufen, seinen Kopf auf den Boden zu schlagen und ging wieder zu den Männern, die er zurückgelassen hatte. Ich bereitete den Verteidigungsraum vor und stellte sicher, dass jeder wusste, was er zu tun hatte, falls die Deutschen angriffen. Als ich zum Verbindungskram zurückkam, erwartete mich ein Funkgespräch. Es war Captain Freeman vom Bataillon. »Hey, Bösch«, sagte Freeman, »schicken Sie eine Patrouille nach hinten zu der Stelle, an der Sie das Essen, Wasser und die Munition geholt haben. Schicken Sie einen Führer zum Gefechtsstand der Easy-Kompanie, um die Krankenträger zu treffen. Ach, und schicken Sie auch zwei Leute nach hinten, die nach Paris sollen.« Ich dachte, ich höre nicht recht. »Was haben Sie gesagt?«, fragte ich. Ich konnte das nicht glauben. »Befehl vom General, Bösch. Zwei Männer aus jeder Kompanie sollen nach Paris.« Ich starrte auf das Mikrofon des Funkgeräts. Da war ich mit einer Kompanie, die nur ein Viertel ihrer Normalstärke hatte, mitten in einem Angriff, den ganzen Tag vom Rest des Bataillons abgeschnitten. Und jetzt sollte ich auch noch zwei Leute nach Paris schicken? Irgendwie kam mir der Gedanke, dass ich mich in Gottes Macht einmischte, wenn ich zwei Männern auf die Schultern klopfte und ihnen sagte, »Ihr geht nach Paris. Ihr könnt weiterleben, während die anderen hierbleiben und sterben.« Ich wusste, dass ich das nicht machen konnte. »Sie können Kompanie G da rauslassen,« sagte ich langsam. »Keiner von uns geht irgendwo anders hin als nach Hürtgen oder vielleicht in die Hölle. Aber wo wir hingehen, da gehen wir zusammen hin. »Und denen, die sich so einen schwachsinnigen Befehl ausgedacht haben, können sie genau das sagen, was ich ihnen gesagt habe. Wenn denen das nicht passt, sollen sie herkommen und mich holen.« Als ich auflegte, bemerkte ich, dass zwei meiner Kompanie-Sergeants mir zugehört hatten. »Ich bin dran. Ich gehe nach Paris, Lieutenant,« sagte einer von ihnen. »Ich auch,« sagte der andere. Sie kicherten. »Sie müssen zugeben, Lieutenant,« sagte der eine und lächelte, »das wäre sicher nett.« Unmittelbar nach der Einnahme von Hürtgen wurde Bösch verwundet und aus dem Kampfgebiet evakuiert. Auch der deutsche Obergefreite Fritz Tillmanns, der nach seinen Einsätzen an der Ostfront, unter anderem bei Orel, bereits während der Allerseelenschlacht eingesetzt war, erlebte den Angriff und wurde hier zum fünften Mal während seiner Kriegsjahre verwundet. »Wenn man ein Hürtchen an der Kirche vorbeigeht, da kommt unten eine Waldecke. Da waren verschiedene selbstgebauten Unterstände, da haben wir die Nacht verbracht. Und in der Nacht mussten wir es wieder zurückziehen, auf die nächste Waldecke. Und in derselben Nacht mussten wir wieder zurück. In der Zeit hat der Amerikaner schon unsere Löscher gesetzt, haben wir die da gefangen genommen. Da haben wir festgestellt, dass die den Tag zuvor an der Küste ausgeladen waren. Die waren im eiligsten Tempo dahingeschafft worden. Da war einer so ein roter Haar dabei. Da wollte ich eine Zerrette tauschen, da hat man die Zerrette gegeben, aber er wollte keine Deutsch haben. Die haben wir dann so drei, viermal abgeführt. In der Zeit, wo wir weg waren, waren die dann drin. Der Amerikaner, der griff dann immer durch den Wald an. Da sahen die immer da kommen, da haben wir wieder geschossen, geschossen, hin und her. Und dann war ich in einem Unterstand drin, selbstgebauten Unterstand. Und da sagt, die Kompanie für unsere M.J. ist ausgefallen. Da waren zwei älter Kameraden, die konnten wahrscheinlich keinen Lauf wechseln oder Schloss wechseln. Ich war ein Russer, ein M.J. Schützer, da musste ich da wieder einen Takt bringen. Und wenn ich da rausgehe, hat er mich jeden Tag gebracht. Und dann haben wir in den Wald geschossen und waren immer wieder so Einzelamerikaner so vorrücken. Ich weiß nicht, da kam einer ziemlich nah, da haben wir gehofft. Henshub, äh, äh, aber da hat er nicht reagiert drauf. Und, ja, und dann, äh, und dann, äh, wie ich da der M.J. auf Schuss gebracht habe, habe ich da in den Wald geschossen. Und da kriegten wir Alleriefeuer von Vossenacker rüber, genau in die Ecke hin. Und da sind wir in den Pulverquamstbett in das Bombenloch gesprungen. Da war so ein Bombentrichter. Da hatte jemand, äh, das ist ein Notdorf gemacht, da bin ich dringesprungen. Und in dem Moment denkt man da ja nicht dran. Und bin dann nachher in den Pulverdampf bis zum Unterstand gekommen. Und dann weiß ich nicht mehr, wie weit gegangen ist. Ob da ein Volltraffik gekommen ist, nicht mehr. Ich hab mich später wiedergefunden, so halbwegs im Rehwald, im Haufer Bandsplatz. Und wurde von da verlegt nach Kall. Und von Kall wurden wir verladen nach, nach Bonn, Nazareth. Dann bin ich in Bonn, Nazareth gekommen. Ich hatte, äh, Prellungen und hatte auch, äh, ich konnte nicht mehr hören. Ja. Und hat auch sonst auch mit sich schwer, ich werde erleben oder, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie ich da weggekommen bin. Dann hab ich da, bis kurz vor Weihnachten, hab ich in Bonn in dem Nazareth gelegen, wurde dann da lassen. So wie ich hingekommen bin, ohne Kopfbedeckung, ohne Mantel, wurde ich da zum Nazareth entlassen, in der Eifel der Einheit suchen. Und dann bin ich so acht da, bin ich überall rumgeschwirt und hab dann in Würvenich die Reste der Einheit gefunden. Gehen Sie weiter Richtung Soldatenfriedhof und starten Sie an Punkt F6, das Filmdokument über die Minenräumung. Amn. Amn.